Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mit dem nächsten Video der Zusammenfassung. Der Cloud 21 gegen eine internationalen Kriegsplan. Richtig enge Kiste bis zum Schluss. Erst mit einem der letzten Fights konnte hier die Entscheidung gefällt werden. Wie es ausgegangen ist, könnt ihr am Ende des Videos sehen. Wie ihr sehen könnt, hier gleich der erste Fight. Ein Yeti Smash mit einem Yeti Blimp vorneweg. Ziel war es hier den Adler rauszukriegen. Hat leider nicht ganz geklappt. Eventuell ein Frostzauber hätte hier den Zeppelin ein bisschen weitergebracht und der Adler wäre gefallen. Natürlich sind auch beide Scattershots dort in der Nähe vom Adler. Das ist richtig heavy, was da auf die Truppen eintrischt. Immerhin hat man es trotzdem geschafft die Clanburg zu locken, dass die Queen sich oben in Ruhe darum kümmern kann. Der King zieht nach unten, räumt die komplette Seite auf. Eventuell noch einen Magier setzen, um die Bauhütten hier auf der Seite wegzukriegen. Da kommt er schon. Und dann kann man oben beim Magierturm ohne Probleme über den Scattershot in die Base rein. Den Adler kann man damit wegmachen und unten natürlich bei der Clanburg den nächsten Jump setzen. So ist die komplette Base offen. Der King zieht wunderschön nach unten durch. Das heißt, die Truppen bleiben auch in der Mitte ohne Probleme. Das ist immer das Wichtigste, dass sie wirklich zusammen durch die Base gehen. Wenn ihr es nicht schafft und ein paar Truppen außen rum laufen, ist es meistens schon der Weg zu. Wenn es gut läuft, hohen zwei Sternen, aber meistens wird es ein Fail. Hier schafft man es aber locker alle Truppen in der Base zu halten. Hier noch super den World Champion unten gespielt, um außen rum die Verteidigung rauszunehmen. Natürlich mit den ganzen X-Bögen richtig schweres Geschütz hier gegen ihn. Gegen den World Champion. Aber auch er schafft es hier, ein paar Gebäude rauszunehmen, was super ist, um die Truppen weiterhin in der Mitte wunderbar zusammenzuhalten. Das soll es jetzt aber auch schon von mir gewesen sein. Ich habe euch die besten Fights hier vom Clan-Krieg zusammengestellt. Schaut sie euch an. Richtig geile Fights dabei. Und am Ende auch das Ergebnis richtig knapp. Mit einem der letzten Fights wurde hier der Clan-Krieg erst entschieden. Sehr starke Leistung von der Cloud. Also genießt die Fights. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer daran denken, liken, abonnieren und auch ab und zu mal einen Kommentar da lassen. Das freut mich wirklich sehr. Also viel Spaß noch mit den nächsten 6 Fights hier aus der Cloud. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Don't look back, we're here to stay A life we knew would come one day And this is it, the borderline To where the future leaves us behind The fire will burn and never die Looking through the eyes of a brand new life And so just find me, just find me Sparks will fly If we scream no, this is not how we're gonna go We are the ones who will never let go Just watch us roll to what no one knows We'll never grow We'll never grow Don't look back, we're here to stay A life we knew would come one day And this is it, the borderline To where the future leaves us behind The fire will burn and never die Looking through the eyes of a brand new life And so just find me, just find me Sparks will fly If we scream no, this is not how we're gonna go We are the ones who will never let go Just watch us roll to what no one knows We'll never grow 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 We'll never grow